Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Diese gibt es seit heute Donnerstag zu streamen. Vielleicht hört uns ja auch ein bisschen verspätet, dann ist sie auf jeden Fall raus. Und die liebe Theresia und ich haben uns sie heute schnell nach der Arbeit angeschaut und werden jetzt mal ein bisschen darüber plaudern. Darum erstmal herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und herzlich willkommen Theresia. Hi Manuel, also unser erster gemeinsamer Podcast und dann gleich so eine Weltgeschichte. Ja, wir machen keine halben Sachen, aber du hast recht. Wir haben uns immerhin ja schon mal in Real Life gesehen. Ja. Das ist ja ganz verzückend und uns noch nicht zusammen bepodcastet. Ja, das liegt einfach darin, dass ich nie in Pressevorführung gehen kann, denke ich. Ja, freut mich, dass wir mal was zusammen casten. Vielleicht kurz ein paar einfach Informationen. Also die kommt, wie gesagt, heute raus auf Netflix. Dauert ungefähr anderthalb Stunden und das ist jetzt hier ein Dokumentarfilm, der ganz viele Originalaufnahmen und so ein bisschen zusammengeschnipselte Aufnahmen aus anderen Missionen, der Apollo-Missionen verwendet, um diesen Film zu machen. Willst du uns für die Leute, die vielleicht hinter dem Mond leben, pun intended, einmal kurz erklären, worum es denn hier geht und was ist denn eigentlich von Apollo 1 bis 12 so passiert? Gott, alles kriege ich jetzt nicht zusammen. Also natürlich am bekanntesten ist jetzt natürlich Apollo 13 und Apollo 11. Apollo 11 war ja eben die Mission, die es eben geschafft hat, als erste auf dem Mond zu landen und man kriegt, glaube ich, den zeitlichen Zusammenhang gar nicht immer so hin, dass quasi Apollo 13 nur neun Monate später stattgefunden hat. Genau und ich glaube wirklich, diese ganzen Apollo-Missionen, die waren zeitlich ziemlich, lagen die immer nah beieinander und in dieser Apollo 13-Missionen war eben der Plan, eben das zweite Mal auf dem Mond, glaube ich, zum Landen oder das dritte Mal auf dem Mond zu landen und wie wir wissen, hat das leider nicht so ganz funktioniert und es wurde dann eben eine sehr kritische Rettungsmission daraus, wo, glaube ich, auch sehr viel improvisiert und einfach vor Herausforderungen gestellt waren, die es bis dato noch nicht gab. Und ja, es waren, glaube ich, sehr spannende vier Tage da 1970 und ja, die Doku erzählt eben so ein bisschen die Vorgeschichte, ein bisschen was zu der Crew, die da oben gewesen ist und wie sich dann über die Tage diese Situation eben so zugespitzt hat und es wird halt immer mit Originalaufnahmen und eben auch Tonaufnahmen aus Interviews und Gesprächen davor und danach eben auch noch untermalt. Genau, ja, auf den Punkt würde ich gleich auch nochmal tatsächlich gerne zu sprechen kommen, aber erst mal, es gibt ja auch den Film, den ich nehme mal an, du auch gesehen hast, das kannst du ja gleich erzählen, von 1995 von Ron Howard und in der Besetzung hier Tom Hanks, Bill Braxton, Kevin Bacon, Ed Harris und ich fand diesen Film damals einfach nur, der lief andauert im Fernsehen, ich habe den Film andauernd geschaut, immer wenn der lief, habe ich den geschaut, war auch was, was ich oft, glaube ich, so mit meinen Eltern geguckt habe und einfach nur super spannend und natürlich zum Glück mit einem tollen Ende, darum kann man den auch immer wieder gucken, fand ich. Und man wurde da immer richtig reingesogen und ich war jetzt ganz schön neugierig, was der Film so oder die Doku jetzt zeigt. A, was man noch nicht so weiß, was man aus dem Film oder vielleicht aus anderen Medien noch nicht mitbekommen hat und B, was vielleicht auch einfach anders ist. Und darum erst mal an dich die Frage, ich bin mir sicher, du hast den Film auch gesehen, hast du ja gerade schon erwähnt, aber wie ist dein Verhältnis zu dem Film und was waren so deine Erwartungen an die Doku? Ja genau, also ich kenne den Film auch, ich habe den, glaube ich, aber nicht so häufig gesehen wie du, also schon ein paar Mal, aber ich habe den, glaube ich, auch relativ spät erst gesehen, also nicht zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam. Und fand dann da die Story schon einmal sehr, sehr spannend. Es ist schon sehr abenteuerlich oder halt auch immer so ein Traum zum Mond zu fliegen. Aber zu der damaligen Zeit war es halt wirklich nicht ungefährlich und war halt irgendwie komplettes Neuland, wo du nicht und wo eben auch keine Rettung so schnell möglich ist, weil du bist eben hier ein paar Zehntausend Kilometer weit weg. Ein paar Hunderttausend, ja. Ja, und ich war jetzt eben von dieser Doku, habe ich mir halt auch, ja, vielleicht ein paar mehr Details, ein paar mehr Hintergründe, wie das dann eben in diesem Kontrollzentrum abgelaufen ist, wie das halt dann auf dieser, in dieser Mondfähre gewesen ist, wo die dann eben auf dieser, ich glaube Aquarius war dann diese Lande, das Landemodul, wo die dann quasi versucht haben zu überleben und dass ihre Rettungsinsel quasi gewesen ist. Und ja, es war halt spannend zu sehen. Hast du das bekommen, diese, also ich fand, wie gesagt, da kommen jetzt so ein bisschen dann diese Schnipsel von, oder was heißt Schnipsel, die ganze Dokumentation besteht ja nur eigentlich aus Originalaufnahmen und es gibt am Anfang so ein bisschen den Hinweis, dass es zum einen restaurierte Originalaufnahmen sind, auch nicht nur aus Mission Control oder dem Raumschiff, sondern auch einfach von den Familien und im Grunde auf der ganzen Welt. Und gleichzeitig gibt es dann aber ein paar Szenen, die man jetzt nicht erkennt, aber man kann sich, glaube ich, schon bei einigen denken, dass sie jetzt nicht aus der Apollo 13 Mission stammen, wo so einfach generell aus anderen Apollo Missionen was gefilmt wurde und dann eben jetzt in der Doku verwendet wurde. Bei manchen Szenen hatte ich auch so das Gefühl, es wäre halt quasi aus dem Film Apollo 13. Ja, aber also für mich hat das so eine, muss ich sagen, nochmal ganz andere Immersion gegeben, als der Film, das jetzt getan hat. Den Film fand ich hauptsächlich, also ich finde, ich liebe den, der ist aber auch einfach super spannend und ist halt ein Film. Und jetzt hatte ich durch dieses ganze Archivmaterial, was man dann ja auch nicht immer in bester Qualität hat, das ist dann mal verschwommen, da sind dann irgendwie Filmkorn ohne Ende, Grüß an dich, Stu. Und es sieht halt einfach gar nicht immer perfekt aus, aber es fängt einfach perfekt diese Zeit ein. Und für mich hat das wirklich für die in der Immersion sehr viel beigetragen, weswegen ich auch finde, dass das zum Beispiel so ein Punkt ist, wo sich die Doku einfach nochmal von dem Film absetzen kann. Ja, ich fand es halt auch spannend, weil sich die Doku, also ich fand es ein bisschen schade, dass sie sich sehr fokussiert eben auf Jim Lovell, also den, so jetzt mal den Chef von den dreien fokussiert und auf seine Familie. Genau, es kommen halt dann auch, die Ehefrau hört man in Interviews, wie sie halt die damalige Zeit empfunden hat und die Kinder und so weiter und wie es ihnen halt ergangen ist. Und es war halt damals in dieser Zeit, das waren halt schon irgendwie Helden, weil das war ja auch kein Ausbildungsberuf. Also du warst ja vorher irgendwie normaler Pilot oder Kampfpilot und hast dich jetzt dann beworben, ja okay, ich melde mich jetzt hier mal für die Raumfahrt. Und es war halt damals einmal sehr, sehr gefährlich und es war halt auch allen bewusst. Und ich habe mir das dann eben auch gedacht, also eine Szene gab es irgendwie am Anfang, wo eben das Ehefrau interviewt worden ist und wo sie halt dann, glaube ich, gefragt worden ist, wie sie es so findet und dann halt nachher so einen Blick hat, so in der Art, also du weißt, glaube ich, genau, was in dir im Kopf vorgeht, weil du weißt halt nicht, was passiert, weil es war halt eine Zeit und es war halt noch nie ungefährlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt nicht noch auch gefährlich ist. Ja, absolut. Man weiß ein bisschen mehr als damals vor 60 Jahren, aber ja, ich glaube, es ist trotzdem immer noch sehr aufregend und es kann alles Mögliche passieren. Und das fängt dieser Film schon sehr gut ein, eben auch diese Gefühle, wo dann die Kinder haben, wenn die sagen, sie haben zu Hause nichts gesehen, aber die ganzen Schulfreunde kommen dann auf sie zu und fragen, hey, wie ist es denn so, wenn man jetzt weiß, dass der Vater da so in Gefahr ist, und ich glaube, es war... Oder ich glaube, der hat gesagt, dass er stirbt, ne? Ja, ja. Ja, war schon sehr direkt, ja. Ja, ist, glaube ich, schon sehr heftig, aber fand ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich fand es etwas schade, dass es halt nur so auf die Familie von Jim Lovell fokussiert gewesen ist und weniger auf die anderen beiden. Ja, das wäre auch tatsächlich einer meiner Kritikpunkte, weil ich gar nicht, ich habe, also ich kenne den Film jetzt zwar, aber ich weiß jetzt auch nicht auswendig noch, wie die alle hießen. Und ich habe mich sogar nach der Doku gefragt, wie denn eigentlich der dritte Astronaut hieß. Und ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe. Ich mache dann auch Notizen nebenbei und ich habe auf Englisch geguckt und ich habe mir gedacht, okay, ich habe es irgendwie verpasst. Dann habe ich jetzt gerade recherchiert und okay, der Pilot der Mondlandefähre war halt Fred Hayes. Ich habe seinen Namen jetzt in der Doku nicht einmal gehört. Doch, doch, die wurden schon genannt. Doch, doch, also sie wurden alle genannt. Also es wurde halt eben auch erwähnt, dass das zuerst eben Jim Lovell, also quasi Tom Hanks Rolle und Fred Hayes und Ken Mattingly waren. Und das finde ich jetzt einmal so auf und ab. Und dieser Ken Mattingly, der wurde dann, glaube ich, zwei Tage vorher eben ausgetauscht, weil er eventuell Röteln bekommen könnte. Und dann kam eben John Zweigert hinzu. Aber doch, also die Namen wurden schon hin und wieder erwähnt. Also so ist es jetzt nicht. Okay, aber der Fokus ist halt schon, wie du sagtest, wirklich sehr stark auf Jim und seine Familie und Jack Zweigert schon auch. Und ich fand es auch ein bisschen, ja, man hat natürlich auch nur begrenzt Zeit, weil der Film oder die Dokumentation geht ja jetzt nicht irgendwie zweieinhalb Stunden, sondern so ungefähr anderthalb. Aber ich fand das ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, dass da eigentlich nur auf ihn eingegangen wird. Und ich frage mich, vielleicht gibt es da ja, weiß ich nicht, gewisse Hintergründe, die ich jetzt nicht weiß, dass vielleicht auch einfach die Familien da früher gar nicht so viel zu gesagt haben oder die anderen auch selber nicht. Aber beispielsweise Fred Hayes lebt auf jeden Fall noch. Gene Kranz ist ja der leitende Mission-Control-Flugleiter. Der lebt auch noch. Jack Zweigert und Ken Mettingly sind verstorben. Aber von Jack Zweigert zum Beispiel hört man eigentlich ziemlich viel. Aber ja, es ist schon okay. Aber ich fand diesen, den Fokus fand ich schon auffällig, so auf den, jetzt auf Reihen, den Kommandanten. Ja, der Film war ja zum Schluss auch gewidmet. Der, der Ehefrau von Jim Lovell stand ja dort in liebevoller Erinnerung. Fand ich dann erst sehr komisch, weil gab es ja irgendwie einen Bezug. Ich habe aber dazu jetzt auch nichts entdeckt, warum. Ja, also sie ist letztes Jahr verstorben und Ken Mettingly ist auch letztes Jahr verstorben. Vielleicht jetzt irgendwie nach der Produktion, ich weiß es nicht. Also wollen wir jetzt nichts Falsches erzählen. Dafür hatten wir jetzt nicht ausreichend Informationen. Aber ja, das war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig auffallend, fand ich. Genau. Aber was ich zum Beispiel interessant fand, war noch als, ich weiß gar nicht, ob es, ja so als Unterschied zum Film, ich fand generell die Doku relativ nüchtern, in Anführungszeichen. Was glaube ich dadurch bedingt war, also insgesamt fand ich es schon sehr filmisch inszeniert, mit den ganzen Aufnahmen, wie man sie sieht. Und es gibt ja im Grunde nie einen Interviewpartner, dem man gegenüber sitzt, sondern es gibt eigentlich nur Voice-Overs aus Interviews, mit eingespielt auf Bilder und auf Videomaterial von damals. Und dadurch hat das, finde ich, schon eine sehr filmische Inszenierung. Und dann werden so Animationen, ich glaube, die sind jetzt im Stil von damals nachgemacht, eingeblendet, aber vielleicht sind sie auch von damals. Das ist alles super cool und immersiv gemacht. Und dadurch hat man aber manchmal, und dann hat man diese Einblicke in das Mission Control, wo ja wirklich vier, fünf Tage lang jetzt an, also fieberhaft an diesen ganzen, das Problem gelöst werden muss, wie kriegen wir unsere Astronauten wieder nach Hause. Und ich fand es unfassbar beeindruckend, wie professionell und ruhig die einfach waren. Also man hat, klar, war immer so eine angespannte Stimmung da und die Musik hat ihr entsprechendes zugetan. Aber diese Professionalität in dem Mission Control hat sich so ein bisschen dann so übertragen. Und dadurch fand ich die Dokumentation deutlich weniger reißerisch, in Anführungszeichen, jetzt als den Film. Und dadurch fand ich aber auch, dass gewisse Dinge oder Personen in den Hintergrund getreten sind und eher so das Team in den Vordergrund. Also zum Beispiel jetzt eben der Gene Kranz, der ja doch eine recht einnehmende Rolle hat, würde ich sagen, und auch Ansagen macht in der filmischen Umsetzung. Der wird hier viel gezeigt und redet auch viel. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass überhaupt irgendwie jemand jetzt da, ja, groß die Führung an sich reißt oder so. Sondern es war alles immer so eine Teamarbeit, die super ineinander gegriffen hat und funktioniert hat, um halt die eigenen Leute nach Hause zu bringen. Und ich weiß nicht, ob das, ging das nur mir so oder kannst du das nachvollziehen? Ich hatte schon auch, also in dem Film und jetzt schon auch jetzt in der Doku so den Gedanken, dass halt schon eben der Gene Kranz der ist, der halt dann so die Ansagen macht oder der halt dann halt eben die Teams koordiniert. Und ja, also man hat dem Film gemerkt oder auch den Gesichtern, dass die Lage ernst ist und dass die angespannt sind. Aber die sind halt wirklich nicht jetzt rumgelaufen wie aufgescheuchte Hühner und haben nicht mehr gewusst, was sie tun sollen. Sie haben halt schon eben überlegt, gerechnet, geplant, was eben zu tun ist. Es muss eben, wie gesagt, auch viel improvisiert werden. Ich dachte immer, die Szene aus dem Film wäre eine Erfindung, weil das war ja wirklich echt mit diesem, dass hier was gebaut werden musste, um eben die Luft wieder zu filtern. Und es gab quasi einen eckigen Filter und einen Aufsatz und einen runden und das muss jetzt irgendwie verbunden werden. Aber das gab es ja eben wirklich. Und da sieht man auch mal wieder, was von dieser damaligen Zeit so dieser Erfindergeist ist. Also ich fand es schon irgendwie sehr beeindruckend, eben auch von den Leuten, die sich gemeldet haben, eben jetzt hier zum Mond zu fliegen, weil das ja kein üblicher und doch auch sehr gefälliger Job ist. Es wurde ja auch hier erwähnt, dass sie doch auch auf die ein oder andere Beerdigung gehen mussten. Ja, ich finde auch generell, dass es ganz gut gemacht, also wenn ich einacken darf, dass es ganz gut gemacht wird, was der Film zum Beispiel nicht oder zumindest in meiner Erinnerung nicht unbedingt erreicht, dass man relativ viel auch Einblicke. Und wenn es nun mal, wie du gerade sagtest, so eine Einblendung von einer Beerdigung oder ein Foto von, weiß ich nicht wie, ich glaube, der Papst in Rom oder so eine Messe hält oder so kurze Fotos und kurze Einschnipselvideos aus der Welt, außerhalb von Mission Control und außerhalb vom Raumschiff, um halt so zu zeigen, dass wirklich, dass es auch ein Weltereignis war. Und die Welt ja auch irgendwie, ist ja auch ein ganz schöner Schluss, dass es am Ende so die Welt vereint hat. Und das hat die Doku für mich dem Film voraus auf jeden Fall. Und das machen dann diese kleinen Einspieler zusätzlich, fand ich. Und dieses Hintergrund zeigen von auch den Familien und so weiter. Nee, also das haben die wirklich ganz gut gelesen, dieses Gefühl dann schon auch mittransportiert, wo ich dann immer so überlegt habe, okay, wäre ich so der Typ dafür, es wäre bestimmt cool, eben das Weltall zu sehen oder hier auf den Mond zu blicken oder zur Erde. Also das ist, glaube ich, schon ein einmaliger Blick. Aber dann muss ich wiederum sagen, wenn ich so die Szenen gesehen habe, dann halt in dieser Raumfähre, in diesen Kapseln, boah, ich glaube, ich würde so Platzangst kriegen. Ja, ich glaube meine, ich denke mir immer so, Platzangst weiß ich nicht, aber ich glaube dieses, ich würde auch, glaube ich, nicht auf ein Segelschiff gehen oder so. Also einfach dieses auf irgendeinem Gefährt zu sein, unfassbar einfach abgetrennt von irgendwas. Ja, von, da kann dich keiner erreichen, so, da ist halt, du bist halt weg, ne, da hast du dann irgendwie ein bisschen Funk, aber das war's, kannst du vielleicht ein paar tolle Ratschläge kriegen, aber du bist auf dich alleine gestellt, weil da irgendwas ist, dann bist du erst mal, musst du das Problem selber lösen und diese Abgeschiedenheit finde ich super beängstigend, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also ich finde, es transportiert die Doku schon auch relativ gut. Also konnte es dann schon ein bisschen nachfühlen und habe mir dann gedacht, nee, ich bin doch auch irgendwo, wo du was kontrollieren kannst. Es gab ja wirklich auch Situationen, die waren halt dann irgendwann nicht mehr kontrollierbar für niemanden. Da war halt einfach nur Hopp oder Top, Glück oder nicht, oder Pech. Und das ist schon sehr, ich glaube, das an die Menschen zum Teil so, die wollen halt einfach gewisse Sicherheit oder die wollen halt dann irgendwie was beeinflussen können. Aber hier ist es dann teilweise einfach nicht möglich gewesen. Und das, glaube ich, ist schon für manche sehr, sehr abschreckend. Ja, also absolut. Und dass man dann, ja, zum Beispiel jetzt in der Szene am Ende dann, ne, in einem Wiedereintritt, wo einfach nicht klar ist, wie beschädigt ist jetzt eigentlich das Hitzeschild von der Explosion nach ungefähr einem Tag am Anfang, ne, hält das. Und dann hat man diese dreieinhalb Minuten Ungewissheit. Und dann werden aus den dreieinhalb Minuten irgendwie fünf Minuten. Und ich sitze da auf der Couch und ich weiß alles, was passiert. Und ich habe einen Puls von 180, weil ich so doch drin war. Also das muss ich sagen, fand ich super. Und auch genial fand ich dadurch, dass es dann so, oder dass es einfach wirklich Aufnahmen von damals war, hat man nochmal so die alte Technik halt wirklich gesehen, die in den, ja, ich meine 70er Jahren, ne, einfach benutzt wurde. So weit war man halt. Und das sieht jetzt nur alt aus. Man weiß gar, kann das, glaube ich, gar nicht so wirklich greifen, was das bedeutet. Aber jeder Taschenrechner, den du vor 20 Jahren in der Schule hattest, das kann halt mehr als ein Computer damals, ne. Und dass man überhaupt es geschafft hat, mit der Technik damals auf dem Mond auch nur in die Richtung zu fliegen, finde ich schon absolut beeindruckend. Und das ist einem, oder mir fand ich das zumindest nochmal hier irgendwie so klar geworden, weil man ganz viel diese alten Bildschirme, Computer und was auch immer, ganz viel auch noch so einfach Aktenordner und händisch was gesehen hat. Das hat einem irgendwie nochmal, fand ich, so Respekt dafür eingeflößt, für diese ganze Unterfangen, ja. Ja, es war wirklich krass. Und halt, also, die haben ja die Berechnungen zum Teil, irgendwelche Kurven, wir haben ja man, also manuell gemacht, also, wer den Film noch nicht gesehen hat, es gibt ja auch diesen Film Hidden Figures, wo es um den, glaube ich, ersten, um die Erstumrundung der Erde geht. Boah, ich weiß gar nicht mehr, um welche Mission. Ich weiß auch nicht mehr, um welche Mission. Das, glaube ich, ging nur eben da drum. Also, der Amerikaner hat dann als erstes die Erde umrundet. Und, also, da hat, diese Anfänge vom Computer, da, wo du wirklich so ein riesiges Zimmer hast, wo so ein Computer steht, wo du dann manuell irgendwelche Sachen eingeben musst und jetzt machst du das Handy an und jedes Handy und jedes iPhone oder sonstiges hat mehr Speicher und Daten, wo du mehr Technik drin hast, als eben jetzt dieser Computer und wie das geschrumpft ist. Also, das ist auch wirklich beeindruckend, was ich mir gedacht habe, ist, wie, also, dieser, ja, auch Erfindungsgeist oder halt eben, was ja damals schon möglich gewesen ist im Vergleich zu heute, also, fand ich es auch wirklich echt beeindruckend, was zur damaligen Zeit dann alles schon geschafft wurde. Ja, ich glaube, mein letzter Punkt so jetzt konkret zu Doku wäre jetzt noch, dass ich manchmal fand, ich glaube, dadurch, dass die Zeit, ich finde die Zeit absolut okay, also irgendwie 96 Minuten ist eine super Zeit, weil wenn man mehr sehen will, dann guckt man halt den Film und so. Darum passt das schon. Was ich dadurch manchmal fand, ist, dass manche Dinge wurden mir schon ein bisschen schnell manchmal so, in Anführung, nicht abgefrühstückt, das klingt so abwertend, aber ich hätte mir manchmal ein bisschen mehr Erklärungen hinter gewissen Dingen gewünscht, die vielleicht tatsächlich einfach spannend gewesen wären, so wie, wie funktioniert halt so ein Schichtsystem im Mission Control oder, keine Ahnung, wie wurde jetzt rangegangen, um konkret dieses Problem zu lösen. Da fand ich, hat man relativ viel gesehen, wie Dinge in Anführungszeichen passieren. Aber nicht unbedingt alles erklärt wurden. Aber das ist schon, muss ich sagen, ein sehr kleiner Kritikpunkt. Aber ich wollte, das war mir irgendwie so aufgefallen, dass mir da vielleicht, hätte ich mir einfach noch gerne mehr gewünscht, aber vielleicht auch einfach, weil ich das Thema so spannend finde. Ja, nee, ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, manchmal hat man sich ein bisschen mehr, also man hat, sie haben ja da mal erklärt, dass sie da so diese Testläufe auch parallel gemacht haben, hier mit, wann schalte ich was ein und so weiter. Aber ja, da wäre schon schön gewesen, vielleicht hin und wieder noch ein paar mehr Infos zu bekommen. Hat mich jetzt aber per se auch nicht so wirklich viel gestört. Also für mich war das schon eine runde Sache. Ja, es klingt so, als würden wir langsam zum Ende kommen. Wenn du jetzt nicht noch reingrätschst und was Bestimmtes hast, würde ich noch ein paar Empfehlungen raushauen. Mach gerne. Denn falls, ich finde das Thema, wie gesagt, einfach super spannend. Wir kommen gleich nochmal zu einem Fazit. Was ich auch noch interessant finde zu schauen, wenn einen das Thema interessiert, du hast ja gerade schon Hidden Figures auch erzählt und da geht es ja auch ganz viel darum, was für eine große Rolle die Frauen in der Raumfahrt hatten, die einfach auch vergessen werden ganz oft und gerade für diese Berechnung einfach super viel geleistet haben. Was in dem Film zum Beispiel angesprochen wird, oder eigentlich geht es da um. Dann gibt es noch einen ganz großartigen Film, Apollo 11, wer hätte das gedacht, von 2019, der auch mit ganz viel super schön aufgearbeitetem Archivmaterial auskommt. Und da muss ich sagen, saß ich davor und konnte nicht glauben, dass das Material Archivmaterial ist, weil das einfach so gut aussieht. Und da habe ich mich manchmal jetzt gefragt, warum das jetzt bei Apollo 13, das sah jetzt nicht scheiße aus, aber das sah nicht aus wie bei Apollo 11. Aber gut, jetzt sind sie auch zum dritten Mal zum Mond geflogen, war der Plan und nicht zum ersten Mal. Vielleicht ist das noch so ein bisschen der Unterschied. Also wer da sich noch ein bisschen was angucken will mit tollen Bildern, Apollo 11, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Nee, ich muss gestehen, die Doku habe ich nicht gesehen. Ich habe aber wiederum dann diesen Film gesehen, First Man, glaube ich, hieß der. Genau, ja, den habe ich auch auf der Liste von Damien Chazelle mit Ryan Gosling. Fand ich auch gut, findet aber, glaube ich, nicht jeder gut. Aber der zeigt so ein bisschen mehr über die Psyche eigentlich hinter Neil Armstrong und so ein bisschen, ja, was geht mehr im Kopf ab und auch mit der Familie und so und nicht jetzt nur von dieser so doch vielleicht technischen Ansicht. Wer noch ein bisschen weiter zurückgehen will, kann sich The Right Stuff angucken. Da gibt es sowohl eine Serie als auch einen Film, glaube ich, der ist allerdings schon ein bisschen älter, über die Mercury-Mission. Das sind die Missionen, die dem Apollo-Programm, meine ich, direkt vorausgegangen sind und war im Grunde das erste Raumfahrtprogramm der Menschen der USA. Und dann gibt es natürlich aktuell sogar noch For All Mankind, die Apple TV Plus-Serie, die das Thema behandelt, was wäre eigentlich passiert, wenn die Amerikaner nicht damals das Space Race gewonnen hätten. Und da ist man, glaube ich, mittlerweile, ich muss gestehen, ich bin nicht so weit gekommen bisher in der Serie, aber ich glaube, die ist fünfte Staffel oder so. Und eigentlich auch ziemlich großartig. Also, da gibt es noch genug Material. Und ich würde jetzt einfach mal zum Fati-Suite der Dokumentation dann kommen. Ich fand sie eigentlich wirklich toll. Also, ich saß da heute nach der Arbeit und habe mir das angeguckt und war, obwohl ich, wie gesagt, alles wusste, komplett drin. Mein Puls ging hoch. Man war die ganze Zeit dann doch auch angespannt und aufgeregt. Das dauert ein bisschen, bis man auch zu dem Punkt kommt, finde ich, weil es am Anfang sich auch Zeit lässt, erst mal alles drumherum zu erzählen. Und es muss im Grunde erst mal das Unglück passieren, was dann gelöst wird in der letzten Stunde oder so. Aber mich hat das sehr vereinnahmt. Ich fand es superklasse, auch einfach ganz viel von diesem Archivmaterial zu sehen. Und das macht für mich einen großen Teil in dieser Immersion aus und kann sich dadurch auch vom Film, finde ich, absolut absetzen. Ich fand dann manchmal eben ein bisschen auffällig, dass es doch sehr viel um, ja, jetzt Jim Lovell und Jack Swigart ging. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen das Ausgeglichener handeln können. Aber insgesamt, muss ich sagen, hatte ich eine sehr gute Zeit. Und also allen, die auch nur entfernt Interesse haben, würde ich die empfehlen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich kann da jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also du, ähm. Oh, habe ich zu viel geredet. Nee, passt schon, alles gut. Also mir hat die Doku auch sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich schön, so diese, die Stimmen und die, so Originalbilder zu sehen. eben auch aus, aus der Raumfähre, aus, aus Mission Control von, von den Leuten zu Hause, von der Familie zu Hause, ähm, auch so Kinder, also Bilder aus der Zeit, wo sie sich kennengelernt haben. Also das fand ich wirklich sehr interessant und sehr spannend, eben auch mal so Stimmen zu hören, wie eben, ähm, die Ehefrau und die Kinder, wie die das damals empfunden haben. Ähm, kannte natürlich eben den Apollo 13-Film, wusste ja auch ungefähr, wie dieses Unglück abgelaufen ist und was die Ursache dafür, ähm, gewesen ist. Und, ähm, ja, habe mich eben auch überraschen lassen, was mir jetzt die Doku, ähm, Neues erzählt und fand die wirklich auch interessant. Mit 90 Minuten ist die auch relativ, ähm, also ist die auch nicht ellenlang und kann man gut schauen. Und ich glaube wirklich für jeden, der sich für dieses Thema interessiert oder der sich halt für diese Apollo 13-Mission interessiert, ist das eine sehr, ähm, gute Doku. Und ja, ich hatte leider auch den gleichen Kritikpunkt, dass die halt sehr fokussiert, ähm, ähm, auf Jim Lovell und seine Familie ist. Fred Hayes, ähm, kommt sehr wenig vor. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, ist die Doku sehr empfehlenswert. Ja, und ich glaube, was wichtig ist, sie, sie kann sich einfach von dem Film absetzen und auch, man lernt noch dazu. Also, das fand ich einfach auch nochmal, äh, toll, hatte ich vielleicht noch nicht gesagt. Oder schon zehnmal gesagt, ich weiß es nicht. Ich bedanke mich. Ihr findet uns überall, wo es Like gibt und lasst doch mal irgendwo einen Daumen hoch da, fünf Sterne, einen Kommentar auf YouTube, wie auch immer. Ihr findet uns auch auf unserer Webseite tele-stammtisch.de. Wir haben auch einen Community-Hub auf unserem Discord-Server, auf dem wir sehr gerne mit allen Leuten diskutieren und uns unterhalten und austauschen. Auf tele-stammtisch.de-discord. Damit sage ich over and out und überlasse dir das letzte Wort. Ja, dann vielen Dank, Manu, für die Moderation und wir hören uns bestimmt wieder und demnächst sehen wir uns sogar nochmal. Also, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus